Ich frage mich immer noch, was sie da unten hier wollen. Können wir gleich mal Warrior of Discord raushauen? Also ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, dann werde ich keine Ferris-Jungs mehr ausbilden. Ich will ja echt nichts sagen, aber das sind Wachtürme, die schießen auf euch und ihr rennt daran vorbei, als ob es nichts wäre. Manchmal ist die Kaiin im Spiel echt anstrengend. Oh, tough fight. Oh man, 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 man. Ja, one, 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 one. Was zu hell, ein Wetterpult? Another Pult? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Und der Name des Sovereigns. Sovereign, ein Gebäude hat sich gegründet. Ein Wetterpult, wie niedlich. Ja, ich sehe, dass sie so fast leer ist, weil wir halt auch jedes Menge Zeug ausbilden. Kann ich eigentlich, ne? Was hat Gehde? Ja, könnte ich theoretisch. Ja. 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 Und noch ein Discord, Mario. Das ist ein ganz normaler Gegner. Oh, das ist ja cool. Werden die hier irgendwo aufgezählt? Nö. Der zerlegt den Turm sehr gut. So. Hm. Das war leider zu spät. Ja. Ich weiß. Ein unerwählter Gast. Majestät, der lokale Blacksmith gibt neue Services. Ja. Ja. Rattenäster gibt's hier oben mehr als genug. Die Goblins sind aber, wobei die Ratten sind auch ein Problem. So, ich hoffe, mein Steuereintreiber kommt bald mal wieder. Der da ist wild entschlossen, so wie das aussieht. Die Ratte ist auch wild entschlossen. Watchtowers in der Nähe von meinem Palace? Die Royal Treasury ist nahezu empty. Okay, die beiden Watchtower da sind sowas von irrelevant. Ich brauche jeweils nur einen Helden, der sich drum kümmert. Die Reaktion des Trollen unternehmen. Die Reaktion des Trollen. Die Reaktion des Trollen. Der da schwarzen am Isten. Wievolgen! Der rausk. Der rausk. Ja, der ist richtig aggressiv. Hall of Discord kann der. Ich glaube, ich mache das in Zukunft so, dass ich die Flanken auf null lasse. Aber ja, ich muss sagen, die Mission läuft doch ein bisschen besser als erwartet. Ich glaube, es wird aber wahrscheinlich hier oben noch eine... Nein. Nee, ich weiß, was ich machen werde. Wird ist das Ding ab? Ja, meine Discord-Warrior, die machen hier auch kurz einen Prozess mit so manchen Sachen. Zwölf Helden werden benötigt. Hm. Das Governeen-Hovell muss noch weg und dann... Zwergen-Settlement. Yay. Genau das möchte ich gerne haben. Zwerge sind dann das Nonplusultra. Oh, das ist immer ärgerlich, wenn sie an den Watchtowern verrecken. Ja. Ja. So, ich habe genug Geld für das Dwarven Settlement. Ja, da wird sterben, weil er alleine so weit im Feindland ist. Ja. Das Dwarven Settlement wird erst jetzt gerade gebaut. Okay, jetzt finde ich die Fusion langsam richtig cool eigentlich, muss ich sagen. Mal gerade mit den ganzen Warrior of Discord, die ich ausbilden kann. Und den Zwergen und allem. Läuft es gerade recht gut. So, dich wieder. Ich hätte gerne den Magic Bazaar eigentlich mausoleum. Das wäre auch nicht schlecht. Aber im Augenblick hätte ich gerne lieber den Magic Bazaar. Run, 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 run. Und wir machen gleich auch ein Save. Müssen wir machen. Ich bin aber auf jeden Fall schon mal froh, wenn wir bis jetzt in dieser Aufnahmesüchsten vorankommen. Da wurde gerade einer meiner Zwerge getötet. Das Gute ist, Komplins und Rattenmenschen bekämpfen sich noch gegenseitig, während ich sie bekämpfe. Gut, ich rufe jetzt noch einmal den Market Day aus. Gehe jetzt in die Optionen. Die delete ich alle mal. Und jetzt speichere ich das hier. Dann gehe ich ins Hauptmenü zurück. Und mach hier erstmal einen Cut. Dann laden wir das Spiel. Das nächste Mal machen wir da gerade weiter. Also, bis dann.